Ja, nochmal schönen guten Abend an alle. Wir werden es etwas anders machen, wie Birgit es angekündigt hat und zwar wird Guido den Vortrag halten und zwischendurch wird es immer eine kleine Unterbrechung durch eine kleine Übung geben. Die Übungen leite ich dann an. Die Übungen sind ganz frei. Jeder kann sich frei fühlen, eine Übung mitzumachen oder nur anzuhören. Es ist auch immer nur eine kurze Übung. Sie sollen durch die Übungen einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie sich das, was wir erzählen, dann vielleicht auch praktisch anfühlt. Wir werden nach den Übungen nicht nachfragen, sondern ich werde dann mit dem Vortrag fortfahren und dann in der letzten, also das Ganze wird ungefähr eine knappe Stunde dauern und dann haben wir gut eine halbe Stunde Zeit, uns darüber auszutauschen. Okay, ja. Gefühle. Was sind eigentlich Emotionen? Was sind eigentlich Gefühle? Was meinen Sie selbst, was das ist? Und wie gehen Sie selbst mit Ihren Emotionen und Ihren Gefühlen um? Wie wirken die Emotionen anderer Menschen auf Sie? Was bewirken Ihre Gefühle bei den anderen? Wie regulieren Sie Ihre Emotionen? Unterdrücken Sie sie oder zeigen Sie Ihre Gefühle? Leben Sie sie aus? Was glauben Sie, was ein weiser Umgang mit Emotionen ist und wie kommt man dahin? Offensichtlich gibt es ein zu viel und ein zu wenig an Gefühl und natürlich auch ein angemessenes Ausmaß von Gefühlen. Manche Menschen nehmen ihre Gefühlen. Manche Menschen nehmen ihre Gefühle kaum wahr und ordnen alles mit ihrem rationalen Filter des Verstandes an. Andere Menschen erregen sich sehr schnell und intensiv. Sie befinden sich andauernd in hochgefahrenen Gefühlen. Ein weiser Umgang mit Gefühlen ist wohl der angemessene Umgang, was immer das ist und wie kommt man dahin? Lassen Sie uns zunächst mal schauen, wie Gefühle eigentlich entstehen und wofür wir sie brauchen. Wie kommt das Baby auf die Welt? Das Baby ist ja schon vorher da und hat im Mutterleib auch Gefühle. Aber es kann diese Gefühle nicht benennen. Nach der Geburt beim Aufwachsen mit den Eltern lernt das Kind, sich selber kennen und sich in der Welt zurechtzufinden. Das wichtigste Instrument hierfür ist die Sprache. Indem die Eltern die vom Kind gezeigten Gefühle benennen, lernt auch das Kind, Wohlsein und Unwohlsein immer weiter zu differenzieren. Hierdurch lernt es, die Welt zu ordnen. Also sind Gefühle ein Filter, der dabei hilft, Wirklichkeit zu bewerten und zu ordnen. Außerdem sind Gefühle natürlich auch Ausdruck von Lebensfreude und Lebendigkeit. Sie modellieren unsere Persönlichkeit und regulieren den Umgang mit mir und mit anderen. Manchmal ist unser Empfinden der Gegenwart von früheren Empfindungen in ähnlichen Situationen geprägt. Das Gehirn schlägt uns ein Gefühl vor, das wir schon mal hatten. Dies ist schon eine der großen Schwierigkeiten, die aus Gefühlen entstehen. Denn dieser Vorschlag aus der Vergangenheit ist nicht immer passend, was dazu führt, dass wir in vielen Situationen unpassende und unangemessene Gefühle haben und dann auch unangemessen reagieren. Die Seele tut so, als ob die aktuelle Situation der alten Situation gleich sei. Es ist so, als ob das alte und das aktuelle Bild übereinandergelegt werden und als identisch bewertet und empfunden werden. Da die Seele in gewisser Weise in Bildern denkt, bringt sie so die alten Gefühle hervor. Wenn es mir nicht gelingt, das vorgeschlagene Gefühl mit der aktuellen Situation zu vergleichen und entsprechend zu korrigieren, reagieren wir oft unangemessen und mit unvernünftigen Reaktionen. Das kann leicht zu Missverständnissen und Schwierigkeiten führen. Kommunikation und respektvoller Umgang mit dem Gegenüber werden so erschwert. Weiter ist es wichtig, den Zusammenhang zwischen Gefühlen und Wahrnehmungen zu sehen. Wir wissen, dass verschiedene Blickwinkel zu verschiedenen Wahrnehmungen führen. Zum Beispiel können Zeugenaussagen nach einem Autounfall sehr unterschiedlich sein. Dabei wird die Wahrnehmung des Geschehens auch von unseren Gefühlen beeinflusst und gefiltert. In gewissem Sinne sind unsere Gefühle Bewertungen der Wahrnehmung. Und auch umgekehrt verändern Wahrnehmungen unsere Gefühle. Wenn wir etwas sehen, was uns normalerweise ängstigt, werden wir in ähnlichen Situationen mit Angst reagieren. Sehen wir zum Beispiel im Halbdunkel etwas Aufgerolltes im Gras liegen und denken zuerst an eine Schlange, haben wir sofort Angst. Erkennen wir im Näherkommen den aufgerallten Gartenschlauch, lässt die Angst sofort nach. Unser Gehirn vergleicht die aktuelle Wahrnehmung mit etwas Bekanntem und lässt so das früher passende Gefühl aufsteigen. Bei weiterer Wahrnehmung wird das alte Gefühl der neuen Situation angepasst und korrigiert. Ein weiterer Aspekt ist, dass unser Ich aus allen Geschichten und Erinnerungen, die wir eingesammelt haben und aus den Zuschreibungen der Erwachsenen in der Kindheit besteht. So entsteht ein Ich-Gefühl, ein Gefühl für mich selbst. Es besteht aus Gewohnheiten, Geschichten, die sozial vermittelt sind. Es ist konstruiert aus vielen Blickwinkeln. Das Ich ist ein Konzept, ein Konstrukt aus Fühlen, Denken, Handeln, Wahrnehmen und so weiter. Gleichzeitig ist uns unterschwellig klar, dass dieses Ich nicht greifbar ist, sondern es ist eben ein soziales Konstrukt. Im Laufe der Zeit verändert sich dieses Ich, es ist nicht stabil. Immer wieder versuchen wir durch Identifikationen dieses Ich-Gefühl zu stabilisieren. Zum Beispiel identifiziere ich mich mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meiner Sprache, meiner Religion, meinem Land. Diese Identifikationen stellen auch einen Filter her, durch den wir schauen. Das sind die gewohnten Blickwinkel. Die Voraussetzung für die Veränderung der Blickwinkel und damit der Gefühle ist eine Aufmerksamkeit und Wachheit für die Art und Weise, wie wir wahrnehmen und welche Gefühle wir damit verknüpfen. Im Inhalten können wir mehr und mehr feststellen, dass zwischen der Wahrnehmung und dem Gefühl eine kleine Pause ist. Die Wahrnehmung ist immer vor dem Gefühl. Das Gefühl ordnet die Wahrnehmung ein und ist damit eine Bewertung. Durch Übung können wir diese Pause verlängern und bemerken, dass das Gefühl eben immer nach der Wahrnehmung kommt. Manchmal gelingt es sogar, in diese Lücke einzutauchen und die Stille in dieser Lücke zu bemerken. So gelingt es mehr und mehr, zu einem anderen Gefühl und damit zu einer anderen Bewertung der Situation zu kommen. Und jetzt machen wir die erste kleine Übung. Wenn Sie mögen, dann stehen Sie gerne auf. Wir machen die Übungen alle im Stehen. Und jetzt geht es erstmal nur darum, sich selber wahrzunehmen. Stellen Sie sich gerne hüftbreit hin. Lassen Sie die Arme locker am Körper runterhängen. Richten Sie sich auf, indem Sie leicht die Schultern nach hinten unten nehmen. Und Sie werden merken, dass Sie vorne im Brustbereich etwas nach vorne gehen. Leicht öffnet sich der Brustbereich. Meistens schließen wir unseren Brustbereich. Er ist nämlich eine ganz empfindliche Stelle. Und nicht jedem gegenüber wollen wir uns so offen zeigen. Um sich aber selber gut wahrzunehmen und auch eine gute Stabilität und ein Ruhen in sich selber zu finden, ist es wichtig, in diese Aufrichtung zu gehen. Halten Sie einen Moment inne. Bemerken Sie nur Ihr Aufgerichtetsein, Ihr Stehen. Bemerken Sie gut die Füße unten am Boden. Seien Sie locker in den Knien. Und bemerken Sie vielleicht, dass Sie in dieser Haltung eine Präsenz ausstrahlen. In dieser Haltung sind Sie auch nicht so schnell zu irritieren oder umzuschubsen. Orientieren Sie sich jetzt, wo bin ich gerade in diesem Moment. Das nur wahrnehmen. Das nur wahrnehmen. Vielleicht sitze ich im Wohnzimmer oder im Büro. Nur wahrnehmen. Wo bin ich gerade? Was mache ich gerade? Jetzt stehen wir. Vorhin haben wir dem Vortrag zugehört. Im Moment stehen Sie nur. Gibt es in diesem Moment irgendein Gefühl, eine Stimmung in Ihnen? Dann bemerken Sie das nur. Nur wahrnehmen. Und schauen Sie auch, welche Gedanken in diesem Moment da sind. Und bemerken Sie, ob die Gedanken in die Jetzt-Situation gehören oder ob es alte Gedanken vom Verlauf des Tages, von den gestrigen Tagen sind. Und dann versuchen Sie, zum Jetzt zurückzukehren. Jetzt stehe ich hier. Jetzt bin ich in meiner Präsenz. Jetzt nehme ich meinen Körper wahr, mein aufgerichtet sein. Jetzt nehme ich wahr, ob Gefühle da sind. Jetzt bemerke ich meine Gedanken. Und gleichzeitig fließt Ihr Atem. Und Sie bemerken ihn ganz sanft an den Nasenflügeln. Und gönnen wir uns einen kleinen Moment, so innezuhalten. Nehmen Sie jetzt zwei, drei tiefe Atemzüge. Lockern Sie sich wieder. Schlütteln Sie die Beine und die Arme aus. Streifen Sie sich ab. Oder klopfen Sie sich ab. Und nehmen Sie in Ruhe wieder Platz, um weiter dem Vortrag zu leischen. Das ist so eine ganz kleine Übung, die man jederzeit und überall unauffällig machen kann. Ich nenne das auch schon mal Zigarettenpause ohne Zigarette. Weil das, was die Raucher machen, ist sinnvoll. Eine kleine Pause machen und tief ein- und ausatmen. Wenn man dabei die Zigarette weglässt, ist das super. Wenn Sie das öfter machen, dann werden Sie merken, das kann man machen beim Warten im Supermarkt, an der Kasse oder bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Und ich empfehle das besonders dann, wenn Sie das Gefühl haben, da stimmt jetzt irgendwas nicht. Da bin ich nicht im Thema oder da habe ich unangemessen reagiert oder so. Und dann da nochmal hinzuschauen. Und Sie können natürlich auch mit dieser Präsenz, mit dieser Grundhaltung nach und nach diese kleinen, diese ganz, ganz kleinen Pausen zwischen Wahrnehmung und der Gefühlsreaktion spüren. Okay, erstmal soweit. Vielleicht kommen wir nachher nochmal darauf zurück. Ein weiteres Thema, das zusammenhängt mit Gefühlen, ist, dass wir in krisenhaften Zeiten, wenn die Angst sich steigert, mit einer verstärkten Identifikation mit meiner eigenen Gruppe reagieren. Manche nennen das auch die dunkle Seite der Empathie, weil ich verstärke die Empathie, das Einfühlungsvermögen mit meinen Freunden, mit allen, mit denen ich identifiziert bin. Die anderen, mit denen ich weniger oder nicht identifiziert bin, die grenze ich mehr und mehr ab. Und im schlimmsten Fall grenze ich sie so weit ab, indem ich mein Einfühlungsvermögen für sie reduziere, dass sie zu Feinden werden können. In jedem Fall distanziere ich mich von ihnen, indem ich eben meine Empathie für sie reduziere. Im ganz extremen Fall sehe ich sich nicht mal mehr als Menschen. Das führt zu Streit und im schlimmsten Fall zu Krieg. Wir finden es wichtig, dies zu bemerken und zu versuchen, darin wieder beweglich zu werden. Auch hier geht es darum, den Blickwinkel zu ändern. Das gibt mir in meinen Gefühlen eine neue Beweglichkeit und durch einen neuen Blickwinkel kann es gelingen, die ganze Situation anders zu sehen und neu zu bewerten. Auch dazu wollen wir eine kleine Übung anleiten. Ich lade Sie wieder ein, aufzustehen. Und falls Sie nicht alleine im Raum sind, dann bitte ich Sie gerne, mit dem anderen Menschen in Kontakt zu gehen. Nein, wenn Sie alleine im Raum sind, bitte ich Sie, sich einen Gegenstand auszugucken. Man kann einen Stuhl nehmen oder ein Buch, was da liegt oder eine Vase. Es geht darum, zu bemerken, dass ich unterschiedliche Blickwinkel auf einen Gegenstand oder eine Person nehmen kann und dass ich je nach Blickwinkel meine eigene Aufmerksamkeit wieder verändert. Ich nehme als Gegenstand meinen Mann und lade Sie aber erst ein, wieder gut zu stehen. Wieder ausschütteln ein wenig, Hüftbreit hinstellen, locker in den Knien, gut die Füße am Boden spüren und den Atem fließen lassen. Zunächst stelle ich mich gegenüber von der Person oder dem Gegenstand und bemerken Sie, wie Sie Ihr Gegenüber oder den Gegenstand wahrnehmen. Vielleicht schauen Sie mehr auf Einzelheiten. Vielleicht nehmen Sie das Gegenüber als Ganzes wahr. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Es geht nur darum, dass Sie bemerken, wie nehme ich wahr. Jetzt bitte ich Sie, sich seitlich entweder zu der Person oder zu dem Gegenstand zu stellen. Ihr Blick ist weiter nach vorne gerichtet. Gleichzeitig bemerken Sie aber den Gegenstand oder die Person an Ihrer Seite. Und schauen Sie mal, wie Sie jetzt wahrnehmen. Normalerweise sind wir sehr visuell geprägt. Das heißt, wenn wir vor einem Menschen stehen, nehmen wir immer mit den Augen wahr. Jetzt stehen wir seitlich. Jetzt können wir nicht 100 Prozent mit den Augen wahrnehmen. Spüren Sie einen Moment in Ihrem Körper und nehmen Sie für einen Moment wahr, dass etwas neben Ihnen ist. Und ein letztes Mal bitte ich Sie, sich so zu stellen, dass Sie die Person oder den Gegenstand im Rücken haben. Wieder Beine hüftbreit, Füße hüftbreit, locker in den Knien, wieder die Erlaubnis vorne im Brustbereich offen zu sein. Gehen Sie ganz in Ihre Präsenz und nehmen Sie mit dem gesamten Rücken wahr. Und spüren Sie einen Moment nach, wie ist die Wahrnehmung so rum. Und atmen Sie wieder tiefer, lockern Sie sich, schütteln Sie sich aus, die Arme, die Beine, klopfen Sie ab oder streichen sich ab. Und nehmen Sie bitte gerne wieder Platz. Und ich werde fortfahren mit dem Thema, dass Gefühle hartnäckig sind. Wir werden sie manchmal nicht so schnell los. Irgendwas taucht immer wieder von Neuem auf. Unsere Erziehung, jedenfalls zu meiner Zeit, schlägt vor, dass Menschen versuchen sollen, sich zu beherrschen. Das heißt, ihre Gefühle zu kontrollieren. Dabei werden die Gefühle meistens unterdrückt. Dann sind die Gefühle nicht weg, sondern sie tauchen an anderer Stelle wieder auf. Die meisten von Ihnen werden das Problem kennen, dass besonders bei bestimmten Gefühlen ein hoher innerer Druck entsteht, mit dem man nicht gut umgehen kann. Wir sagen auch, das schlägt mir auf den Magen. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, die Wissenschaft findet gerade heraus, wieso das so ist, dass es auf den Magen schlägt. Manchmal raubt es einem den Schlaf oder nimmt die Luft zum Atmen. Die hohen Anforderungen im Lebensalltag stressen uns mehr und mehr. In der Arbeitswelt wird heute viel mehr verlangt als noch vor 20 Jahren. Der Druck ist immens. Außerdem wird durch Arbeitsplatzunsicherheit und andere Dinge die sowieso schon bestehende Angst weiter verstärkt. Das führt dazu, dass heutzutage die häufigsten Krankheiten im Alter zwischen 25 und 45 psychische Erkrankungen sind. 9 von 10 Wie kommt es, dass in den reichen Gesellschaften so viel Angst und Depressionen besteht? Eine offene Frage. Zurzeit erleben wir zusätzlich eine große Verunsicherung durch die vielen Veränderungen und Belastungen, die wir erleben. Da ist der Krieg in der Ukraine, die Welt ist zunehmend in Unordnung, die beginnende Klimakatastrophe erfordert schnelles Handeln. Dies führt zu einer Beschleunigung, die leicht zu überstürzenden und unangemessenen Reaktionen führt. All dies beinhaltet weitere Verunsicherung und steigert die innere Angst in uns allen. Diese Angst ist möglicherweise ein sehr grundlegendes Gefühl, aus dem unsere Schwierigkeiten mit unseren Emotionen herrühren. Woher kommt die Angst? Le Boyer, ein französischer Geburtshelfer, hat gesagt, was geboren wird, ist die Angst. Natürlich ist da erstmal die Angst vor dem Tod, der Vergänglichkeit, der ständigen Veränderung. Wir leben im Bewusstsein, dass sich alles verändert und ich mich an nichts festhalten kann. Jeder Moment ist gleich wieder vorbei. Jetzt, jetzt, jetzt. In dem Moment, wo der Moment erscheint, vergeht er auch schon wieder. Wir verwenden sehr viel Energie darauf, in unserem Leben alles unter Kontrolle zu halten. Wir identifizieren uns, damit wir uns an etwas festhalten können. Das kann aber kaum dauerhaft gelingen. Immer bleibt ein Rest, ein Rest von Unsicherheit und Befürchtung. Daraus entsteht die Angst um das Selbst, ein Gefühl von Bedrohung des Ichs. Dieses Gefühl ist mit einer andauernden Alarmreaktion verbunden. Nun, was ist eine Alarmreaktion? Sicher haben Sie schon mal Rehe beim Fressen beobachtet. Wenn es ein Geräusch gibt, schrecken die Köpfe der Tiere hoch. Man sieht, wie sich die Ohren bewegen, die Schwänze wackeln und manchmal zittert die ganze Haut. Die Tiere vergewissern sich, ob eine Gefahr besteht und wenn es kein weiteres Geräusch gibt, senken sie die Köpfe, sind völlig entspannt und fressen weiter. Wenn es aber ein weiteres Geräusch gibt, dann laufen die Rehe weg. Diese Alarmreaktion stellt also Fluchtenergie bereit. Auch wir Menschen haben diese Alarmreaktion. Bei uns hält aber schon ein Gedanke, ein inneres Bild, diese Alarmreaktion aufrecht. Dadurch werden alle Hormonsysteme aktiviert, die Energie zur Flucht oder zum Kampf bereitstellen. Und deshalb fährt unser Alarmsystem oft nicht wieder herunter. Das System bleibt in einer andauernden Alarmbereitschaft. Das ist das, was wir als Stress empfinden. Wir sind im Stress, tendieren zur Beschleunigung und reagieren leicht unangemessen. Was kann man tun? Da es Fluchtenergie bereitstellt, ist für den Stressabbau zunächst mal Bewegung wichtig. So ist jegliche Form von Bewegung dazu angetan, die bereitgestellte Energie abzurufen. Das kann jede Form von Sport sein, schnelles Gehen, Jogging, Radfahren, Schwimmen oder auch Mannschaftssport. Wichtig ist, dass es Freude macht. Es darf Spaß machen, denn sonst machen wir es nicht. Zusätzlich sind alle bekannten Entspannungstechniken hilfreich. Am ehesten empfehlen wir Qigong, Tai Chi oder Yoga. Dies sind asiatische Übungsformen, die die meisten von euch kennen, die das unwillkürliche, das autonome Nervensystem durch die Kombination von Bewegung und Atemregulation wieder ins Gleichgewicht bringen. Also die Stressreaktion herunterfahren. Früher wurde hierfür orthogenes Training und die progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen empfohlen. Für viele Menschen, die innerlich angespannt und aufgeregt sind, ist dies aber eher schwierig zu erlernen. Es ist viel leichter, über Bewegungen die Atemregulation zu beeinflussen und so zur Ruhe zu kommen. In diesen Übungen sind manche Bestandteile von der Meditation geprägt. Hierbei wird Meditation als Entspannungstechnik angewandt. Der weitere Hintergrund und die Philosophie, die mit der traditionellen indischen und buddhistischen Meditation verbunden ist, bleibt dabei außen vor. So hat man beim autogenen Training und auch beim Jakobsen-Training Teile aus meditativen Traditionen genommen und als Entspannungstechnik formuliert. Was heute viel bekannter ist, ist dieses sogenannte MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Das hat ein Amerikaner, Herr Kabat-Zinn, entwickelt, ursprünglich zur Behandlung von Schmerzzuständen. Heute wird es auch viel im Rahmen der Psychotherapie angewandt. Er hat aus der Vipassana-Tradition viele Elemente übernommen und über eine Operationalisierung eine sehr strukturierte Technik entwickelt. Dies kann man in einigen Unterrichtsstunden in einer Gruppe erlernen. Zusammenfassend kann man sagen, Bewegung plus Gymnastik ist so wirksam wie ein antidepressives Medikament. Es ist dabei nicht wichtig, was Sie tun. Es ist wichtig, dass Sie es tun und möglichst mit Freude tun. Denn man muss es wie das Medikament täglich einnehmen. Einmal die Woche zum Kursus gehen ist nicht ausreichend. Durch diese Kombination wird es Ihnen gelingen, sich innerlich zu beruhigen. Sie kommen wieder ins Gleichgewicht und in Ihre Mitte. Besonders, wenn ich unter Druck bin, brauche ich diese Selbstregulation, um zu einem angemessenen Umgang mit mir und anderen zu kommen. Und jetzt machen wir so eine Übung. Ja, auch dazu wieder eine kleine Übung. Ich bitte Sie, wieder aufzustehen. Und stellen Sie sich, wie Sie es jetzt schon kennen, hüftbreit hin. Die Arme hängen locker neben dem Körper. Und spüren Sie als erstes wieder gut die Füße am Boden. Sie können gerne auch die Zehen so ein bisschen in den Boden reindrücken. Bemerken Sie Ihre Aufrichtung. Bemerken Sie, dass vorne der Brustbereich geöffnet ist, sich leicht nach vorne schiebt. Die Arme hängen rechts und links neben dem Körper. Und legen Sie jetzt eine Hand an den Unterbauch und atmen Sie tief in den Unterbauch. Sie werden merken, beim Einatmen geht der Bauch leicht nach vorne. Beim Ausatmen wieder zurück. Leicht nach vorne und zurück. Auch das ist schon eine große Hilfe, um für sich selber in die Präsenz, in die Mitte zu kommen. Sie können das noch jetzt daran unterstützen, dass Sie Energie sammeln, so nennen wir das. Auch eine Übung, die auch im Qigong und auch im Tai Chi angewendet wird. Mit dem Einatmen nehmen Sie Ihre Arme rechts und links vom Körper nach oben und machen Sie sich ganz groß. Wenn Sie mögen, können Sie sogar auf die Zehenspitzen gehen. Und mit dem Ausatmen nehmen Sie die Luft ganz langsam wieder nach unten und führen die Hände vor Ihrem Körper an den Unterbauch. Und wiederholen Sie das gerne drei, vier Mal in Ihrem Rhythmus. Langsames Einatmen, die Arme gehen nach oben, eventuell strecken Sie sich. Langsames Ausatmen vor dem Körper und die Arme langsam zum Unterbauch wieder hinführen. Hinehalten. Und nochmal einatmen, langsam nach oben, Pause, langsames Ausatmen, die Arme gehen vor dem Körper nach unten und wieder an den Unterbauch und wieder an den Unterbauch, Pause. Und noch ein letztes Mal einatmen, die Arme gehen hoch und Pause und Ausatmen. Dann langsam gehen die Arme nach unten, werden an den Unterbauch gelegt und bemerken Sie wieder den Moment, nachdem der Atem ausgeflossen ist. Kleine Pause. Und dann lassen Sie die Arme sinken. Stehen noch einen Moment nur still da. Wenn Sie mögen, schließen Sie im Moment die Augen und spüren nur in Ihren Körper hinein. Manchmal kribbelt es ein wenig, manchmal in den Handinnenflächen, manchmal die Arme. Das ist alles in Ordnung. Und nehmen Sie jetzt normale tiefe Atemzüge, schütteln sich wieder, schlagen sich aus, streiten sich ab. Und nehmen wieder Platz. Diese kleine Übung kann man ganz gut in die Morgentoilette einbauen. Ich nenne das Zähneputzen für die Seele. Eine andere interessante Übung ist übrigens, wenn man vor dem Spiegel steht, guckt man nicht wirklich dahin. Selbst beim Kämmen sieht man nur die Haare. Schauen Sie sich selber an und geben Sie der Person im Spiegel ein Lächeln. Ich garantiere Ihnen, Sie kriegen ein Lächeln zurück. Probieren Sie das mal eine Woche lang aus. Nun ist es so, dass es manchmal aber auch um tiefergehende Störungen geht. Wenn starke Verletzungen oder Traumatisierungen vorliegen, braucht es in aller Regel eine professionelle Psychotherapie. Interessanterweise wurde in den letzten 15 Jahren mehr und mehr Meditation als zusätzliches Element in die Psychotherapie aufgenommen. Wohlgemerkt, nicht als eigenständige Therapieform, sondern als Ergänzung der von unterschiedlicher Seite praktizierten Psychotherapie. Frau Reddemann, eine Psychoanalytikerin, hat schon vor Jahren gesagt, Sie ist auch Traumatherapeutin, Psychotherapie ohne Meditation ist kaum noch vorstellbar. Dies ist natürlich zunächst auch Aufgabe der Therapeutin, dies für sich kennenzulernen. In der Verhaltenstherapie wurden Elemente der Meditation aufgenommen. Es gibt zum Beispiel die Acceptance and Commitment Therapie, ACT. Akzeptanz und Hingabe sind wichtige Elemente der Meditation. Über MBSR hatten wir schon gesprochen. Eine interessante Möglichkeit aus der Gestalttherapie ist die sogenannte Arbeit mit dem inneren Kind. Hier geht es darum, die Gefühle des Kindes, die sich über den aktuellen Blickwinkel schieben, als Gefühle der kindlichen Angst zu erkennen. Um von diesen Gefühlen nicht überrollt zu werden, ist es nötig, das Kind zu verstehen, das ich einmal war. Die Erwachsene lernt, dem Kind, das sie selbst mal war, im Inneren zu begegnen. Wir alle tragen dieses innere Kind in uns und können in der Fantasie dieses Kind sehen. Es geht einfach darum, diesem inneren Kind so zu begegnen, wie man einem verängstigten Kind begegnet. Mit Verständnis, Mitgefühl, Trost und Zuwenden. Wird dies geübt, gelingt es in der Regel, das innere Kind zu beruhigen. Lässt die innere Anspannung nach, kann die aktuelle Lebenssituation immer besser von der vergangenen kindlichen Lebenssituation unterschieden werden. Wir sagen auch, man lernt Kind selbst und Erwachsenen selbst zu unterscheiden. Damit habe ich eine Möglichkeit dargestellt, wie eine bestimmte Richtung der Psychotherapie dabei hilft, angemessen mit Gefühlen in der Gegenwart umzugehen und damit auch angemessen auf Situationen zu reagieren. Das sollte man in der Regel in Begleitung machen, aber wir wollen trotzdem hier eine kleine Andeutung versuchen. Ich lade Sie also wieder ein, sich hinzustellen. Und als erstes, wie Sie es schon kennen, Füße am Boden spüren, sich lockern ein wenig, locker in den Knien bleiben, Schultern nach hinten, unten, vorne, Brust ein wenig raus, atmen. Wenn Sie mögen, schließen Sie die Augen, Sie können die aber auch offen lassen und stellen Sie sich jetzt eine Person oder eine Situation vor, die Sie schon lange kennen. Vielleicht nehmen Sie auch Ihre Eltern, Sie können aber auch jemand anders nehmen. Und stimmen Sie sich jetzt darauf ein, diese Person mit kindlichen Augen wahrzunehmen. Wie schaue ich mit meinem inneren Kind als Kind auf diese Person? Und beobachten Sie, welche Gefühle in Ihnen aufsteigen, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie auf diese Person als Kind schauen. Es werden vielleicht unterschiedliche Gefühle auftauchen, die werden nicht bewertet, auch nicht weggemacht. Sie sollen sie nur bemerken. Aha, so schaue ich als inneres Kind oder durch die Augen des inneren Kindes. Und weiter spüren Sie, während dieser Übung die Füße am Boden, der Atem fließt. Lassen Sie es einen Moment wirken. Nehmen Sie zwei, drei tiefe Atemzüge, lockern Sie sich, schütteln Sie sich aus und stellen Sie sich dann erneut aufrecht, sehr präsent hin. Holen Sie sich jetzt die gleiche Person in Ihre innere Aufmerksamkeit und betrachten Sie jetzt diese Person als Erwachsene. Schauen Sie als Erwachsene auf diese Person und beobachten Sie erneut, ob sich im Körper irgendetwas verändert, in Ihrer Körperhaltung vielleicht. Vielleicht ist irgendwo eine Anspannung zu spüren. Beobachten Sie, ob Gefühle oder Gedanken aufsteigen. Es geht nur um das reine Beobachten. Wahrnehmen, dass der Blick als Kind ein anderer ist wie als Erwachsener. Bleiben Sie noch einen kleinen Moment in dieser inneren Beobachtung und bemerken wieder gleichzeitig Ihre Füße am Boden, bemerken gleichzeitig, dass der Atem fließt, bemerken Ihre Präsenz und nehmen Sie wieder tiefe Atemzüge. Schütteln Sie sich aus. Jetzt noch mal besonders intensiv streiten Sie sich ab. Diese Übung würde man, wenn man zusammenkommt, sehr viel länger machen. Die ist sehr, sehr intensiv und deshalb ist es wichtig, sich danach gut auch wieder auszuschütteln und nehmen Sie dann gerne wieder Platz. Das war ein kleiner Geschmack, wie sich das im Rahmen einer Psychotherapie anfühlen kann. Die Übung selber, die Arbeit mit dem inneren Kind wird sehr unterschiedlich gestaltet. Es gibt dazu etliche Bücher. Ich möchte aber noch auf eine weitere Möglichkeit eingehen, die sich in allen meditativen Traditionen findet. Da ist auf der einen Seite die Meditation, dahin kommen wir ganz am Schluss noch mal. Aber hier geht es um eine spezielle Übung im Rahmen der Meditation. Welche prinzipiellen Reaktionsmöglichkeiten haben wir, wenn wir unter Druck geraten? Eine Tendenz ist weglaufen, zu fliehen, so wie die Rehe. Die andere wäre zu kämpfen. Dann sind wir eher ein Tiger oder ein Löwe. Vielleicht sogar anzugreifen. Und die dritte ist, so zu tun, als gäbe es uns gar nicht, uns totzustellen, einzufrieren, wie ein Igel. Auf Englisch fly, fight and freeze. Doch wann können wir noch tatsächlich weglaufen oder kämpfen? Ist Einfrieren und handlungsunfähig zu sein sinnvoll? Eine vierte Möglichkeit wäre Face, hinschauen, konfrontieren. Wir stellen uns der Situation und dem Gefühl, so wie es gerade ist. Radikal und ehrlich. Wir betrachten die Situation ohne Bewertung, ganz direkt. Face. Das sind die vier F. Fly, fight, freeze und face. Damit haben wir die Möglichkeit der inneren Konfrontation, des Anschauens, des Gefühls ohne Bewertung. Diese radikale Konfrontation ist nur im Jetzt möglich. Wenn Sie mal genau hinschauen, ist es normalerweise so, dass wir Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen und versuchen damit, die Zukunft vorherzusagen. Wir glauben so, uns auf die Zukunft einstellen zu können, uns auf sie vorbereiten zu können und natürlich die Zukunft kontrollieren zu können. Das gaukelt uns Sicherheit und Vorhersagbarkeit vor. Dabei geht jedoch die Wahrnehmung für den gegenwärtigen Augenblick in der Regel verloren. Die Gegenwart wird zwischen Vergangenheit und Zukunft erdrückt. Nur wenn es mir gelingt, im gegenwärtigen Moment des Jetzt zu schauen, kann ich meine Wahrnehmung der Gegenwart verändern. Das braucht zusätzlich die Bereitschaft, die Vergangenheit loszulassen. Wenn ich mir klar mache, dass alles, was ich erlebt habe, endgültig vorbei ist, kann ich aufhören, danach zu greifen. Es geht auch nicht darum, die Vergangenheit zu begreifen. Es ist einfach nur loslassen. Dieses Loslassen führt zu einer Veränderung der Gefühle und damit zu einer Veränderung der Zukunft. Es geht darum, aus dem Teufelskreis herauszutreten und von außen auf diese Mechanismen zu schauen. Man nennt das auch Zeugenbewusstsein. Schon in der oben beschriebenen Psychotherapie muss ich lernen, wie von außen auf mich selbst zu schauen. Dies nennt man therapeutische Ich-Spalte. Dabei schaut mein Ich auf mich selbst. Diese Innenschau ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Schritt auch hin zur Meditation. Meditation wäre dann die Bereitschaft, den Blick, der in der Regel nach außen gerichtet ist, nach innen zu richten. In der Meditation wird das, was wir innen wahrnehmen, zum Beispiel die Gefühle, nicht weiter analysiert wie in der Psychotherapie, sondern die Gefühle werden nur konfrontiert. Face. Es ist dabei wichtig, die Gefühle beziehungsweise alles, was wir wahrnehmen, nicht wegmachen zu wollen. Das würde wieder in einen Kampf führen. Wenn wir kämpfen, machen wir den Gegner größer. Außerdem kann man sich nicht vornehmen, etwas nicht wahrzunehmen. Stellen Sie sich nicht eine Zitrone vor. Schon haben Sie einen sauren Geschmack im Mund. So entkommen wir durch reine Beobachtung und Loslassen dem Kampf und dem Dilemma, dass das Gegenteil dasselbe ist. und noch mal eine kleine Übung dazu. Ich lade Sie wieder ein, sich wieder hinzustellen. Wie Sie es jetzt schon mehrfach gelernt haben. Hüftbreit, die Füße, locker in den Knien, Schultern hinten unten, Arme hängen locker, der Atem fließt. Und so wie vorhin bitte ich Sie, sich jetzt eine Situation vorzustellen, die für Sie vielleicht auch mit schwierigen Gefühlen verbunden war. Vielleicht mit Wut, vielleicht mit Angst, mit Verzweiflung, mit Traurigkeit. Sie können aber auch ein positives Gefühl nehmen. Es geht darum, zu schauen, ob vielleicht sehr spontan eine Situation innerlich auftaucht. Ich lade Sie ein, die Augen zu schließen und sich mit dieser Situation zu konfrontieren. Das heißt, innerlich auf diese Situation zu schauen. vielleicht kommen Ihnen Gedanken dann zu dieser Situation. Vielleicht bemerken Sie, dass Ihr Körper sich verändert, wenn Sie an diese Situation denken. Vielleicht steigen auch unangenehme Gefühle in Ihnen auf. Versuchen Sie, all das nur wahrzunehmen. Es nicht wegmachen, sich nichts anderes hineinfantasieren, nur wahrnehmen, ohne das, was Sie da wahrnehmen, zu bewerten. Ohne sich zu bewerten. Ah, du bist ja immer noch traurig darüber, das darf doch gar nicht sein. Nein, wahrnehmen, was aufsteigt. wenn diese Übung in einer Gruppe gemacht wird oder in der Einzelarbeit, dann verweilt man mehrere Minuten in dieser Vorstellung und macht sie sich so lebendig, wie das irgend geht. Jetzt, hier, heute wollen wir das nicht so intensiv machen. Hier geht es mehr darum, dass Sie eine Idee davon bekommen, wie es gemeint ist, wenn wir davon sprechen, dass das, was da gerade ist, nur wahrgenommen und konfrontiert wird, gesehen wird, ohne weitere Bewertung, ohne davor wegzulaufen, ohne es zu bekämpfen. Bleiben Sie noch einen Moment in dieser inneren Beobachtung, Face und immer wieder spüren Sie gleichzeitig Ihre Füße am Boden, Ihre aufrechte Haltung, Ihre Präsenz in diesem Moment, Sie spüren, wie der Atem fließt, Sie sind ganz da. Und erlauben Sie jetzt, dass diese Vorstellung sich langsam wieder auflöst und verflüchtigt. Ich bitte Sie, sich gut auszuschütteln, gut abzustreifen und ganz aus dieser Beobachtung auch wieder rauszugehen. Nehmen Sie tiefe Atemzüge und wenn Sie das Gefühl haben, es hat mich sehr mitgenommen, dann gerne mit dem Ausschütteln auch die Stimme dazunehmen. Ich lasse es wieder los, ich gebe es wieder ab. Und ich lade Sie ein, jetzt wieder Platz zu nehmen und noch ein wenig dem Vortrag zu lauschen. In der eigentlichen Meditation ist es wichtig, mich innerlich nicht abzuschalten und nicht der Verführung der Analyse des Wahrgenommenen zu erlangen. Die Kunst liegt darin, mit viel Geduld auf das zu schauen, was wir bemerken. Wenn wir in Not sind, wenn wir Angst haben und nicht weiter wissen, entsteht eine Verengung der Wahrnehmung. Wir lassen keine Alternativen zu und verlieren unsere Flexibilität, unsere Beweglichkeit. Manchmal haben wir das Gefühl, in eine Sackgasse zu beraten. Wenn es dann gelingt, diese Konfrontation aufrecht zu halten, geht die Tür am Ende der Sackgasse plötzlich auf und es weitet sich der Blick in einen offenen Raum. Eingestandenermaßen braucht dies in der Regel mehr Geduld als wir haben, auch wenn Krishnamurti dazu sagt, im Lichte der Aufmerksamkeit schmilzt das Bemerkte wie Schnee in der Sonne. Auf diese Weise kann ich meinen Blick auf die Welt, meine Welt Anschauung, mein kulturell geprägtes Bewusstsein erheblich verändern. Dabei werden nicht die Gefühle direkt verändert, sondern mein Blick auf die Welt, auf die aktuelle Situation, auf die Menschen und auf mich selbst verändert sich. Dadurch verändern sich meine Absichten und mein Handeln in der Welt. Das heißt, um die Welt zu verändern, muss ich mich um mich selbst kümmern. Ich ändere die Welt und meine Gefühle, indem ich meine eigenen Absichten, Motivationen und Blickwinkel ändert. Das erfordert die Bereitschaft, nicht nach außen zu schauen, sondern nach innen zu schauen. Dieser Blick nach innen ist in den meisten Psychotherapie-Methoden enthalten, ganz besonders wird er aber in der Meditation betont. Das bedeutet nicht, dass die Meditation eine einsame Übung im stillen Kämmerlein ist, sondern es ist die Möglichkeit, unsere Haltung in der Welt zu verändern, indem ich mich an die Welt anpasse und nicht die Welt an mich anpasse. Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie und im Grunde der Vater der deutschsprachigen Psychosomatik, hat verdeutlicht, dass Hindernisse auch Herausforderungen und Wachstumsimpulse sein können. Er sagt, wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Dadurch entsteht die Möglichkeit, nach vorn zu schauen, den Blick zu ändern und nicht im Schmerz und in der Angst hängen zu bleiben. Durch diese Stärkung der Resilienz kann die Klimaproblematik von einer Katastrophe zu einer Herausforderung und zu Wachstum führen. Dishnatan bezeichnet das als Interbeing, Intersein oder Zwischensein. Es bedeutet eben nicht, alles so zu lassen, wie es ist, sondern eine angemessene Reaktion auf die anstehenden Schwierigkeiten und Herausforderungen zu finden. Herr Metzinger behandelt dieses Thema in seinem Buch Bewusstseinskultur. Er spricht darin von einer neuen Redlichkeit. Ich musste mich auch erst mal noch mal vergewissern, was das eigentlich bedeutet. Ein Wort, was so altertümlich daherkommt und vielleicht eine große Wichtigkeit erlangen kann. Er geht davon aus, dass Meditation einen wesentlichen Beitrag leisten kann. die Herausforderung besteht darin, in schwierigen und unübersichtlichen Zeiten redliche und passende Entscheidungen und Handlungsweisen zu finden. Im Bewusstsein, dass wir Teil der Natur und Teil des Ganzen sind. Ein Weg zum weisen Umgang mit Gefühlen wäre somit Meditation, die mir das Face ermöglicht. Neuere Untersuchungen zeigen dies auch hirnorganisch nachweisbar. Der Mandelkern, die Amygdala, verkleinert sich und zeigt weniger Aktivität. Dies ist ein Hinweis darauf, dass es weniger Angst gibt. Herr Ott, Frau Tanja Singer haben dazu geforscht. Tanja Singer war vor zwei oder drei Wochen im Interview mit Herrn Skobel, das gibt es sicher noch auf der Dreisat-Mediathek. Es lohnt sich wirklich, die Frau ist total klasse, sehr lebendig und man versteht wirklich, was sie da erforscht. Doch Meditation geht noch darüber hinaus. Wir haben darüber gesprochen, dass wir uns in unserer Identität immer wieder bedroht fühlen. Meditation bedeutet nicht nur wertfreie Beobachtung und Konfrontation mit dem Selbst jetzt, sondern erweitert sich durch die Möglichkeit, diese Identifikation zu relativieren und vielleicht sogar aufzugeben. Dabei wird nicht nur deutlich, dass ich Teil der Natur bin, sondern auch, dass ich und die oder der andere auf der Ebene des Bewusstseins eins sind. Ohne Unterschied gibt es keinen Konflikt. Im Blick auf den Anderen entdecke ich mich selbst. Daraus ergibt sich ein völlig neuer und veränderter Umgang mit mir und der Welt. Indem ich meine Gewohnheiten, meine Motivation, meine Gesinnung, mein Verhalten, ja vielleicht sogar meinen Charakter ändere, brauche ich mir keine Sorgen mehr über die Zukunft zu machen. Denn indem ich die Gegenwart verändere, verändere ich die Zukunft. So entstehen neue und angemessene Gefühle, die mehr Möglichkeiten und mehr Freiheit beinhalten. Es wird möglich, den Kampf in Kooperation, in Mitgefühl und Liebe zu verwandeln. Dabei verändert sich mein Verhältnis zur Welt und zu den anderen Menschen. Wir haben oben gehört, wie wichtig es für das Kind ist, zwischen Ich und Nicht-Ich zu unterscheiden. Um uns in der Welt zurechtzufinden, müssen wir erst den Unterschied einführen. So entsteht das individuelle Ich, das wir im Alltag brauchen. Als Erwachsene können wir dann dieses Ich und den Unterschied relativieren und auflegen. Indem wir aus dem Kampf um die Stabilisierung und die Kontrolle der Umwelt heraustreten, können wir entdecken, dass es keinen Unterschied zwischen mir und den Anderen gibt. Wir sind alle Menschen, wir haben dasselbe Bewusstsein und alles geht vom Bewusstsein aus. So verändert sich Getrenntsein in ein Verbundensein. Das Entweder-Oder wird zum Sowohl als auch. Dogen, ein Gründer der Zen-Tradition sagt, Buddhismus studieren heißt sich selbst studieren. Sich selbst studieren heißt sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen heißt die Nähe und Intimität mit den Dingen spüren. Uns ist es ganz wichtig hervorzuheben, dass in der Meditation eine große Intimität entsteht. Es entsteht eine Nähe und Intimität mit mir selbst, mit den Dingen und mit den Menschen. Wenn ich mich tiefer in die Meditation fallen lasse, löst sich die Identifikation mit meinem Ich auf und der Unterschied zum Anderen den anderen Personen gegenüber ist nicht mehr gegeben. Es verändert sich das Erleben von Zeit. In der tiefen Meditation berichten viele Meditierende, dass sie einen offenen Raum bemerken. In diesem offenen Raum gibt es keine Zeit, die verläuft. Es gibt nur jetzt den Augenblick. Außerdem gibt es keine Gegenstände, keine Dinge, keine Formen und keinen Inhalt. Keine Namen, keine Geschichten, nichts, das für real gehalten werden könnte. Es entsteht eine tiefgreifende Wandlung, die mich zu einer stillen, tief innen verankerten Freude veranlasst. Ich kann aufhören zu kämpfen, muss mich nicht mehr durch Kontrolle absichern. Jetzt erlebe ich, dass ich die Welt, die ich kreiere, selber bin. Die Welt entfaltet sich in meinen Absichten. Wenn diese Absichten nicht mehr allein auf mich bezogen sind, weil ich verstanden habe, dass ich kein eigenständiges Ich bin, dann ist Wohlergehen nichts Individuelles mehr. Meine Gefühle wandeln sich. Das oben beschriebene Zeugenbewusstsein erfährt dabei eine Wandlung in einen unpersönlichen Zustand der Beobachtung und einen Zustand von offener Weite. Dieser Zustand ist eine Folge der Einsicht in die Unterschiedslosigkeit. So ergibt sich Redlichkeit, eine Moral, die nicht mehr die Moral des Stärkeren ist, sondern eine Ethik und Moral, die sich aus diesem inneren geistigen Bewusstseins Zustand ergibt. Es ermöglicht angemessene und vernünftige Reaktionen auf Konflikte und große Herausforderungen. Dann ist Meditation keine Übung, um mich zur offenen Weite hin zu öffnen, sondern eine Lebenshaltung und ein tief verankerter geistiger Zustand. Dies eröffnet neue Räume, neue Gefühle, neue Möglichkeiten. Es ergibt sich die Möglichkeit so zu handeln, dass es hinterher mehr Möglichkeiten gibt als vorher. Das ist aus unserer Sicht angemessenes Handeln aus neuen und frischen Gefühlen heraus. Dafür ist es wichtig, die Gewohnheiten gehen zu lassen, Vertrauen zu fassen und in den Prozess der Kreativität hinein zu leben. Seine eigene Natur näher. So dient man dem Himmel. Und wir möchten schließen mit einem Zitat von Jean Debson. Es ist die letzte Strophe aus einem Gedicht von ihm und danach kurz innehalten. Dass uns ein sanftes geschehe, wenn uns der Himmel berührt, wenn seine atmende Nähe uns ganz zum Hiersein verführt. Amen. Wir danken Ihnen für eure Aufmerksamkeit.